Super, gleich nochmal Freizeitpark. Finde ich sehr gut. Übrigens, ich habe auch bei einigen Freizeitparks, die verlassen wurden, gesehen, dass die Riesenräder sich da auch gedreht haben. So voraussetzt sind die da gar nicht, auch wenn die schon so lange rumstehen. Aber erst einmal, hallo oder seins und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Haupteingang, 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 T-Tassen, zufällig. Ich habe gehört, der entschärfer ist bei den T-Tassen. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Eko haben sie. Die machen gar keine Wände zu. Frau Frost, juhu! Oh. Ich hoffe, hoffentlich war das Läsion. Na? Zehn Sekunden bis zum Einsatz. Eko rennt gleich raus, Eko rennt gleich. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Also so richtig raus, dass wir ihn sehen? Ja, der hat die Tür schon aufgemacht. Entschärfer ist jetzt gesichert. Rührt zur Woche vor und entschärft sie. Oben ist Frau Frost da. Nee, Spritzenmann. Spritzenmann. Ich lauere jetzt nach! Die macht... Nee, ist ein Koffer. Doch, ist ein Westen. Westenmann haben sie auch. Da ist er markiert, der Westenspritzenmann. Und Yokai-Mann ist oben, also Eko rot markiert. Die letzte rote Markierung war das. Die letzte rote Markierung war das. Arschneider. Brauchst du es auf der Treppe? Okay, guck ich grad hoch. Achtung, da wo ich lieg, ist Rook oder Doc, einer von den Franzosen. Er lauert jetzt auf Wohin, lass mich sterben. Rook. Den hab ich. Letzte Minute. Spritzenmann heilt sich gerade. Oder wenn anderes. Ist bei dir jemand, Rook, einer? Dann komm ich die Treppe... Ja, Eko ist hier oben irgendwo. Irgendjemand ist grad wo runtergesprungen. Vielleicht ist der durch die Luke. Nee, Eko ist noch hier oben. Ja, das kann doch nicht sein, Mann. Oh, nee. Voll auf den Kopf gezielt am Ende. Aber womöglich doch nicht. Super. Ja. 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 Boah. Hier ist es aber diesig. In einem Nebel. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Mann. Die Nadeln warten. Ja, ich habe jetzt an die Twitch-Drohne gedacht. Entschuldigung. Ja. Hier ist es um dem Fliegen rum. Boote sein. Ja. 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 Bei den Waggons ist Kapital. Okay. Scheiße. Echt, ist es? Wieder rum. Da kommt der Kurs nicht mehr gefunden. Mein Gott, ey. Brück einfach in 5, er hat's verdient. Wir haben's verdient. Und jetzt. Da bewegt ja mal das böse Auge. Kommt vor, kommt vor. Bei mir jetzt? Okay. Kommt jetzt bei B rein. Danke für die Ansage. Nee, das meine ich, Ash kommt bei B rein. Achso. Das war ja der andere. Ach, tut. Ne, ah, scheiße. Ja, der, der liegt, kann ich entschärfen. Aber durch die Ansage bin ich aufmerksam geworden. Und hab nach links geguckt. Und dann kam Kapital. So. Ja. 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 Wir müssen eine Bombe aufspüren. Unten sind sie, sind wir nicht. Okay. Da, wo wir waren. Okay. Ich hab die Bombe gesehen. Ich hab die Bombe gesehen. Kastler haben sie. Na schon. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Das ist gut. Ein Problem weniger. Zehn Sekunden bis Einsatz. Einsatz in fünf Sekunden. Okay, fahr ich halt nicht hoch. Entschärfer wurde zurückgeholt. Rück zur Bombe vor und entschärfen sie. Der Entschärfer ist nicht länger in deinem Besitz. Wo ist der Entschärfer? Der Entschärfer wurde erneut gesichert. Hm, was heißt das? Nee. Pff. Wir kennen jetzt alle. Die beschießen sich gegenseitig, oder? Nee, das was da rumliegt. Okay. Die hampeln da auf dem toten Mitspieler rum. Ich komm mal oben mit bei euch rein bei Blitz. Der rennt aber vor. Naja, er gab Chance nicht mehr. Die Sprengladung ist aktiviert. Pei, ist jemand bei den Waggons? Einer hat gerade gesehen. Hab den Kapkan. Kapkan sag ich? Das ist der Kaschle. Perse. Hier ist noch einer. Okay. Antwort. Verletzt. Jetzt ist offen. Ich bin spät. Okay. Ich werde entdeckt. Kamera war noch ganz. Ja, da konnte ich noch nicht drum kümmern. Kamera hinten im Gang ist auch kaputt. Auf dem Geländer sehe ich niemanden. Ich tocke der da hinten beim Ausgang am gelben Ping. Also, am gelben Ping könnte jemand sein. Das wäre zumindest eine gute Position. Da ist was aufgegangen am gelben Ping. War das jemand von uns? Okay. Ella Kram liegt bei mir. Ja. Ella hat gerade geworfen bei mir. Ja. Letzter verbleibender Gegner. Ist der Ella Kram weg? Das ist gut. Gut. 20 Sekunden noch. 15 Sekunden. Haben. Warum? Weil er tot ist. Das war ein schönes Feuerwerk. Das war ein schönes Feuerwerk. Mach mal. Wer jetzt fliegt. Der Flieger. Oh, Büro da oben. Bei den Waggons. Da schien da einer hin. Mhm. Einfach rausgegangen in der letzten Runde. Die Bomben sicher. Vorsicht. Vorsicht. Matten liegen aus. Mäh. Warum dann immer so weit weg, Mann? Sicher ist sicher bei deinen Kontaktgranaten. Sicher ist sicher bei deinen Kontaktgranaten. Ja, du kannst doch mit einem Raum da reinpacken. Nee. Machst irgendeinen Mist da. Twitch ist unterwegs. Die ist jetzt im A-Raum drin, im A-Raum. Ja, jetzt kommt die da gerade wieder raus. Oh, wieso? Hab sie. Hab sie. Hab sie. 5 Sekunden. Ich brauche die Maschine entdeckt. Magasin, sehr gerade. Ich bin immer zurück, wenn ich durch das Loch drinne. Ach nein. Wäre ich gleich mal da hingegangen. Die haben Twitch und Tarkipi. Die rennt einfach mal gegen die Wand. Oben ist was reingehüpft. Am roten Ping. Ah, hier oben ist schon bei der Klappe. Mhm. Im Norden kommt auch jemand an Norden Waggons. Mäh. Am Fenster, hier vorne. Ja, Fenster, die hab ich auch im Blick. Capitao haben sie noch. Toll. Grid haben sie auch noch. Scheiße. Ein Gegner verbleibt. Kamera ist sonst los. Ach schade. Schade. Wieso hast du denn immer in meine Richtung geguckt? Hab hinter dir ans Fenster geguckt, weil das aufgeschlagen war. Also mir ist zumindest aufgefallen. Bei einigen verlassenen Freizeitparks musste ich dann eben hier an die Karte denken, hat sich das Riesenrad auch gedreht, obwohl das Ding schon steinalt ewig lang herumstand. Gute Kugellager. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.